Du suchst eine Ausbildung, die dich weiterbringt? Du bist handwerklich geschickt und Technik ist deine Leidenschaft? Du suchst einen Beruf mit Perspektive? Dann entscheide dich für eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei Vögele und bring dein Talent auf die Straße. Fräsen, Drehen, Schrauben Als Industriemechaniker bist du mittendrin im Geschehen. Du produzierst einzelne Bauteile für unsere modernen Straßenfertiger und setzt diese dann in die Maschinen ein. Dabei lernst du alle Komponenten unserer Produkte kennen und bist der Erste, der sie in Betrieb nimmt und auf Herz und Nieren testet. Du arbeitest in unserem modernen Werk an großen Maschinen und lässt an der Linie aus den einzelnen Komponenten die Straßenfertiger von Vögele entstehen. Aber auch Reparatur und Wartung der Maschinen und Anlagen gehören zu deinen Aufgaben. Du siehst, als Industriemechaniker bist du ganz nah dran. Also der Industriemechaniker war vielfältiger als die anderen Berufe. Man macht viel mit den Händen, ist dauernd unterwegs, hat immer was zu tun. Ich finde es sehr gut, weil man ist im ersten Lehrjahr hier in der Ausbildung und dann kommt man nach dem ersten Lehrjahr raus in den Betrieb und geht in die verschiedenen Abteilungen, wie zum Beispiel in die Reparatur oder in die Endabnahme und man sammelt sehr viele Einblicke. Also man sollte keine Scheu haben, sich dreckig zu machen, weil das passiert sehr oft. Man sollte auch eine gewisse Lust daran haben, mit Metallen zu arbeiten und eine gewisse Begeisterung auch mitbringen. Man sollte auch gut mit Zahlen umgehen können. Ein räumliches Denken ist ganz gut, wenn man das mitbringt. Natürlich fundierte Grundkenntnisse in Mathematik. Ich finde es hier immer ganz perfekt. Wir haben nachher neue Fräs- und Drehmaschinen, wir haben eine Schweißerei, also wir haben zwölf Werkbänke. Man hat hier alles, was man braucht. Unser vorbildliches Ausbildungskonzept setzt Maßstäbe. Im Rahmen der dreieinhalbjährigen Ausbildung lernst du in unserem modernen Ausbildungszentrum die Grundlagen deiner Arbeit kennen, bevor du in der Produktion selbst Hand anlegst. Das ist das, was wir unter einer praxisorientierten Ausbildung verstehen. Da wir nicht die Masse an Azubis haben, können wir uns um jeden Azubi individuell kümmern und auf die Stärken und Schwächen der Azubis eingehen. Auf Fragen werden direkt eingegangen. Geholfen wird immer, wo es geht. Wenn man mal Hilfe braucht, sind die Meister sofort zur Stelle. Auch zum Beispiel mit den Meistern, egal was ist, ob was privat oder mit der Schule, man kann immer zu einem Meister gehen oder zu einem Azubis. Ganz besonders natürlich als Arbeitgeber hier die Josef Vögel AG, wenn ein Azubi hier lernt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der hier übernommen wird, natürlich auch sehr hoch. Worauf wartest du? Wir warten auf dich. Entscheide dich für eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei Vögele und bring dein Talent auf die Straße. Entscheide dich für eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei Vögele